ich bin auch im Tor ja ich nicht du namo feit das meine Freunde gern mal die oder was? wir planieren mal mal schauen wir mal schauen wir mal auf der Jensee der raucht schon wieder der Superstar ja gleich ist der Nick Nick nein kümelweise oh so einbrechend ich wollte du schaust 10 0 GG für den Flankenlauf da für den Flügellauf dann schieb sie leg ihn doch mal schön über und ist ein Mist ich wollte die geistig will ich mir das gleiche Prozent so schön wie ihr wollt eigentlich dein Pop da vor mir spielen da ist doch tatsächlich so ein Dormann im Weg du forderst, dann müsstest du auch machen ich hab nicht gefordert was du hast in Jens gesagt sorry ich hätte normal spielen müssen ja das ist forderend ich hab glaub da das Nüff kommt oder? der sagt Hallo Jens ah zuist ja mach so ich hab ihn voll sparen pass gar nicht drinnen bis heute alle Spieler rein ja alle Spieler ist eh besser wenn der Markus hinten ist weil die Bots spielen den dummen Pass nicht die Bots sind klüger als die meisten Pros und so geht ab jawohl 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 aber wieder krieg ich nicht den den ich brauch den einen Pass was der ich brauch nur einen Pass als Direktauflage ich hab gedacht ich hebe ihn über Tor ich dachte an die Latte ja du machst ihn doch direkt, ich brauch nur mehr einen ach so du meinst eh ja ach so du meinst eh ja ja ok ja ok ja ok so jetzt gehts aber ab die Post zu spät sorry zu spät zu spät ja hätte er mit dem Hans spielen sollen ganz kurz entweder das oder schießen muss ja ja wurscht ich glaub das war nicht die letzte Chance die wir da hatten schaut mir so aus im Moment Kommunikation ist alles Dominikation den schnellen ao-pass können wir mal funktion also zack zack üğern user join good dear Moin wozu MainOW hier so zack zack roll touch genau jawohl sauber hollf doch gibt es nichts schon also ich sag sein trotzdem, wir müssen dann unsere Chancen schon nutzen, sonst geht es nicht. Okay, brauchen wir jetzt dann. Das geht auch noch mal. Ah, obseit. Nein, der Unterricht ist obseit. Nein, obseit. Jetzt geschulte eure jahrelange Erfahrung auf Computerfußballspielen und im Reals bis zu seinem Kreuzbandriss. Also wenn du da schon jahrelange Erfahrung hast, dann bin ja ich beruhigt, weil... Oh ja. Okay, jetzt sage ich nicht mehr fertig aus. Ja, ich bin eh wieder zurückkommen. Ja, schon seit Mattel Intellivision spielen wir Fußballgames. Welche Minute seid ihr? 22. Ja. Ungefähr. Kommt hin. Okay. 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 Jawohl Bad. Der Bad, der ist gut. Dein Logen. Das ist ein Bad. Das soll ein Bad sein? Nein, das ist ein Bad. Das ist jetzt der Grießbad. So weit, hm? Ja, egal. Walscht, wir kriegen da noch mehr. Ja, ich. Ist nicht die letzte Chance. Keiner. Die macht der Hans jetzt, den Keiner. Das ist nicht meine Seiten. Da ist keiner drin. Also einiger. Oh, ja. Mal verpunkt. Steht wer. Ein bisschen eher. Ja, was mich noch. Ah! Komm ich denn da nicht hin? Bin ich einfach zu schreck? Ja. Boah, dein Heu. Zusehen wir mal. Da war ich mir zu sicher, dass ich den krieg. Nein, ich habe zu sagen, dass es schwer wird. Also, ich habe mir eher gedacht, du bist ein Stern. Der hat vorhin mal wieder FIFA 14 gezockt, ne? Irgendwie leckt das Spiel bei mir. Und FIFA 15 nicht. Ich verstehe das gar nicht. Lecken tut es hier nicht. Ja. Es juckt uns aber eh, ehrlich gesagt, ziemlich wenig. Boah. Ob FIFA 14 leckt. Ich bin dann schon bei FIFA 16 oder so. Ja, ich weiß. Aber, worauf ich hinaus wollte, ist, ob das vielleicht eine Einstellungssache ist, irgendwie. Kann mir das nicht erklären, weil das war damals schon so, dass mein Computer auch abgestürzt ist, wenn der, wenn ich über FIFA 14 vor Auflösung gestellt habe. Und in FIFA 15 macht das überhaupt nichts aus. Ich verstehe das gar nicht. Na, da konnte man ja irgendwas deaktivieren oder so. Aero, irgendwas. Genau. Ja, jetzt geh ab einmal. Auf innen ziehen und runter. Jawohl, und jetzt machst du das. Boah, ist ja geil. Jawohl. Das haben wir auf Video. Ich muss dir sagen, was du tun musst oder was. Nein, das habe ich ja schon lange gemacht gehabt. Das kommt immer später durch. Das hat ein Talent haben wir ja hier. Boah. Der Mann mit dem blauen Haar. Ja, ich. Ja. Der andere Mann mit dem blauen Haar. Mit dem blauen Haar. Mit dem blauen Haar. Mit dem blauen Haar. Wie sehen wir zum Klick nicht? Da schaut gar gar nicht ruhig durchgegangen. Obwohl wir sind am Kopfhost vom Sackhost. Danke. Ja, wenn da ein bisschen Farbe übrig war, die brauchst du ja nicht wegschmeißen. Nein, ich rede jetzt von den Haaren. Wenn du so eine Wolle, die du am Kopf trägst, auch auf deinem Sack hast. Ja. Es ist immer schön warm. Ja. Die blaue Lagune, ne? Ja, da, da. Na, das da oben schaut eh aus wie die blaue Lagune. Auf mein Kopf. Das Insel. Jens? Ja? Hält sich mal ein bisschen an jetzt? Ne. Wir hören doch 2-0. Achso. Boah. Boah. Oh. Jawohl. Haben's mir überkriegt. Ah, scheiße. Jetzt ist er weg. So hat aber gut ausgeschaut. Ah. Boah. Hilfe. Ah, nee. Gesundheit. Wie im Zogel. Schatz für Gesundheit. Ja, das sag ich auch oft. Wenn jemand ein Bäuerchen macht. Ja, vor allem, als Baby wird man dafür gelobt, ne? Und als Erwachsener sagt man nur Sau. Nein, ich glaube, als Baby bekommst du ein Bäuerchen macht. Wo? Am Rücken oder am Kopf oder was? Ja, da wirst du auf dem Kopf geschlagen oder so, solange bis was rauskommt. Ja. Am Kopf geschlagen? Ja. Ja, hopf ich nicht, dass die da am Kopf geschlagen haben. Boah. Boah. Auf dem Kopf. Scheu. Macht man das in Österreich. Immer auf dem Kopf, ja. Mann. Was dann gibt man denn so lange Wodka bis sie kotzen? Na, der Schnaps, der wird geben damit das Kind ruhig ist. Ach so. Aber wie er fälscht. Und Freistoß, oder? Na den macht der Hans. Der ist drin. Der ist drin. Ah, zu hoch! Ich hab das angemacht, der war gar nicht so schlecht. Der war für den Computer leichter zu halten als für real life. Das ist aber voll normal. Runtergetreten. Mit Streck nicht. Nein, jetzt hab ich mit. Das war ich nur durch. Entschuldigung jetzt. Mach mal. Jawohl. Boah, das ist eine rote normalerweise. Der letzte Mann. Ich glaub da war noch einer dazwischen. Jawohl. Katholina Rocha. Den macht der Hans aber. Ja, mach ich den immer an. Den macht er nicht. Geht wieder rüber. Was? Der auf den Scheichsack zählt! Ah! Oh! War hier! Hätt du das nicht gesagt, ey! Jens! Für schlechte Omen kriegst du ein Minus drauf. Hihihi! Hätt genau gepasst, guck mal! 2 Metativen! Hätt dich abgelenkt, Hans! Ja! Hihihi! Bei 2-0 kann man das mal machen. Ja! Wenn ich an mich glaub, dann wird das auch nichts. Ah! Ein Verdachter mal gerutscht. Das können. Ja, erstmal klären. Schönen! Die schwere Tour, Kopfball, gell? Ja! Ich hab keine Kraft mehr gehabt zum Rennen. Leider. Deswegen bin ich auch kurz vor dem Pass langsamer geworden. Aber jetzt geht's. Kann man den Rollkram? Ja! Das lass ich dann liegen. Man darf dann schon mal durchschießen, ey! Ich hab gesagt, das ist gestartet. Ich bring den. Oh! Markus, auf die! Boah! Mutig in die neuen Zeiten. Kann man mal probieren. Vielleicht kostet er uns was, aber... Nein, das ist... Bei die... Bei die Corner ist das blöd. Im Pro-Club... Was heißt das, wie die Aktion jetzt? Vier Zehntel kostet, hab ich da bewertet. Oh! Nein, im Pro-Club, glaub ich, sind die Corner querlich. Die sind eher was im 1 gegen 1. Aber im Pro-Club stehen meistens welche vorne und warten auf dem Konter. Und... 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 Es spielen eher was im 1 gegen 1. der Offensive als Verteidiger. Die dann aufpassen. Wie gesagt, schon wieder richtig. Hast du was gesagt? Aber es passiert ja bei der Flanke in... In 16er Reihen genauso. Der Konter. Voll! Hallo! Ich bringe jetzt mal scharf rein. Noch eine rote. Oh ja! Schauen wir aber, da steh ich schnell! Wir sind alle da bereit! Ja los! Jawoll! Jawoll! Wir sind wirklich alle da gestanden. Zu dritt und kein Gegner da. Also da musst du schon sagen, das ist ein Dreck, das Fiefer. Wenn ich da von der gegnerischen Mannschaft bin, schrei. Oh, da hast du doch gehört doch schon mal wieder hin! Was? Na sicher! Da sind drei gegnerische Stürmer am Fünfer und kein Verteidiger ist dabei. Und du hast nicht die Chance, dass du hinkommst. Die haben ja nicht einmal die Chance gehabt, dass sie hinkommen. Wenn du da schnell spielst. Wenn du schnell spielst, dann nicht. Da ist schon 9-8 einmal. Ja, deshalb sind solche Freistöße von der Seite eigentlich tödlich. Und du hast dann, wie gesagt, das ist ein Witz. Und genau, das ist auch ein Wahnsinnsfehler, dass zum Beispiel normalerweise seit Fiefer automatisch große Spieler zu große Spieler hinterher. Vor einem Eckball oder was? Ja, das machen die nicht. Das ist so lachhaft. Echt? Manchmal hast du dann so einen Toni Kroos stehen, der dann da Mannlecker macht. Auch, zu weit, noch angekippt? Jawoll. 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 Der war sehr aufgelieckt, hein? Schau, 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 schau! Wie? In Bootspülern. Hahaha. Ich steh ganz frei am 16er. wieder hoch geht es ging nur nicht in store aber wieder kriegen kann kann direkt auf leger wieder kriegen kann direkt auf leger was möchte von mir ja jetzt kommt der schuss und sie praktisch ist wenig seigendor was habe ich da zwei sie ist da da aufgeben muss der ja